Was geht ab, Gang? Ihr kennt ja sicherlich alle den Bananen-Boss bei Daily Bugle. Naja, okay, er ist kein Boss, aber weil er eine Banane ist, ist er automatisch ein Boss. Ihr versteht, was ich meine, oder? Alles für die Klicks. Seit dem letzten Update ist der Bananen-Boss von Daily Bugle verschwunden. Und das konnte ich nicht auf mich sitzen lassen und habe die Banane gesucht. Und habe ihn sogar gefunden. Er hatte nämlich einen Autounfall und wenn ihr auf ihn zugeht, fängt er an zu weinen. Meine Aufgabe wird es heute sein, nur mit seinem Loot und der einzigen Kiste, die am Auto ist, den epischen Sieg zu holen und die Ehre der Bananen zurückzugewinnen. Und seid mal ehrlich, wenn ihr Bock hättet, dass die Banane ein Boss in Fortnite ist, dann liked mal das Video, abonniert diesen Kanal und tragt gerne meinen Creator-Code BREXIS-YT im Itemshop ein. Für Fortnite. Pili, mein Freund, halte durch. Ich werde dich jetzt befreien von deinem Leid. Wo war der nochmal? Leute, da ist er. Seht ihr den Rauch? Seht ihr die Bremsspuren auf der Straße wie in meiner Unterhose? Nein, Spaß, ich habe keine Bremsspuren in meiner Unterhose. NBA-Klopf bist du denn? Oh mein Gott, Freunde, da ist er. Hier ist er gecrasht. Banane, warte, ich komme. Nein, was macht er? Guck mal hier, da ist er. Guckt euch mal an, wie traurig der ist. Einer von uns. Er wurde einfach... Guck mal, er weint. Nein, Pili. Der Arme, komm her, Bruder. Nein. Man kann ihn glücklich machen. Guck mal, wenn ihr jetzt auf ihn geht, dann könnt ihr machen... Nein, das nicht. Pass auf hier. So, Chili lächelt dich beruhigt an. Ehrenmann, Charlie. Ich werde für dich kämpfen. Gib mir erstmal deine Sniper. Boah, 600. Ey, ich habe kein Gold mehr. Yo, okay, warte, hier ist noch eine Kiste. Hallo, hallo, hallo. Alter, Digga. Kann ich mal hier raus? So, Abfahrt. Einen Rift, Minis und eine AK. Damit kann ich arbeiten. Okay, hier ist ein Gegner. Let's go. Ich höre ihn. Hallöchen. Hallo. Warum mache ich gerade wie ein Huhn, Alter? Chicken. Boom. Attacke. Boom. So, was hat er? Ach, ich darf seinen Loot gar nicht benutzen. Einmal ganz kurz eigene Challenge vergessen. Ich bin Braxis und habe einen Führerschein. Und ich bin nicht gemein. Aber ich bin auch nicht ein... Genau. Oh, da ist jemand. Attacke. Boom. Boom. Er ist tot. Ja, das war es mit dir. Sein Loot schmeckt. Schmecke die Schmuggini. Ich bin doch nicht nett. Aber ich will ins Bett. Halt doch mal die Frecke. Ey, was ist los? Warum will ich singen heute die ganze Zeit? Hallo, ey. Oh mein Gott, die sind zu zweit. Nee. Nein. Nein, bitte nicht. Bitte hört auf. Push mich nicht. Oh mein Gott. Aua, aua. Es ist sauer. Sauer. Ja, das habt ihr davon, wenn ihr euch mit mir anlegt, ihr kleinen 31er. Was würde jetzt wohl Chatar zu mir sagen, ne? Oh, da ist einer. Peter Parker, sein Vater. Lieber Gruschen. Er ist tot. Und du? Easy. Guck mal, wovon er wieder abhauen will. Bleib stehen. Was willst du zu deiner Verteidigung sagen? I did it. Habe ich mir schon fast gedacht. So, der Nächste hier, der einfach Ärger will. Ey, ich kann nicht mehr bauen. Ey, ich bin so bescheuert im Bauen geworden. Boom. Chakalaka. Oh mein Gott, Banana Gang. Ich bin gesandwiched. Ich habe einen Sandwich hier bei mir. Jeder schießt auf mich. Lasst mich in Ruhe, bitte. Nein, nein, nein. Geh weg, geh weg, geh weg. Oh, Headshot. Oh mein Gott, let's go. Alter. Jeder hat auf mich geschossen gerade. Oh, da fliegt einer. Wenn ich nicht treffe, gebe ich mir eine Kopfnuss. Nein, der ist hier oben. Oh mein Gott. Wow. Oh nein, es wird ernst, Freunde. Bitte, ich muss abhauen. Ich muss. Tschüss, ich gehe weg. Alter, bitte geh weg. Der fliegt mir doch nicht hinterher, oder? Ich will nicht nach hinten gucken. Oh nein, er schießt. Er fliegt mir hinterher, Freunde. Er ist da. Er ist da. Ich muss weg. Guck dir den an. Lass mich doch mal in Ruhe, Mensch. Du kriegst mich nie, du Versager. Nach gefühlt 400 Jahren Gold suchen, bin ich wieder da, Pili. Ich brauche ganz kurz deine Waffen. So, jetzt hier drauf. Und, oh, damit kann ich arbeiten. Yo, let's go. Hey, die Kante. Wie kann das sein? Oh mein Gott, Freunde, schaut euch das an. Hier ist die heftigste Party gerade. Und ich bin jetzt auch dabei. Hallo? Weg.de. Der wollte ihn gerade einfach trollen. Oh mein Gott, was ist da eigentlich los? So, das nehme ich auch nochmal mit dir. Komm, Abfahrt. Da will einer die Karte wiederholen. Guck mal, der ist hier drunten. Warte mal, was ist denn das Wort drunten? Gibt es das Wort überhaupt? Wann, Hanna Gang, da drüben hat gerade einer gelootet. Da ist er. Hallo. Oh, ich muss den treffen. Getroffen. Oh mein Gott. Der, hallo, wer schießt denn da? Hallo. Wow. Ihn habe ich auch getroffen. Yo. Okay, okay, chill. Oh nein. Nein, ich habe verkackt. Ich bin tot. Bitte nicht. Ui, 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 ui. Guck mal da. Guck dir den an. Nee, nee, nee. Du haust nicht ab. Was ist dein Problem? Guck mal hier. Der weiß gar nicht, dass ich da bin. Der ist tot. Hallo, ich will ja rauf. Ey. Kann ich mal? Hallo, ich will da rauf. Mann. Ey, das gibt es nicht. Wo ist der? Der kann nicht mehr viel haben. Lakshu, konzentrier dich. Nein. Oh Gott. Bitte, hör doch auf. Scheiße. Ey, jetzt reicht es mir. Boom. Headshot. Er ist tot. Nee. Wieso stirbt der nicht? Wie viel Leben hat der denn? Lak, wie viel? Woher? Woher? Zwei Stunden später. Abfahrt, ey. Der ist richtig hartnäckig. Guck mal, der ist dahinter. Guck mal, wie der sich da versteckt. Boom. Jetzt aber. Der muss sterben. Och Gott sei Dank. Gefühlt zehn Minuten fighten wir hier, ey. So, noch ein bisschen Metz und... Oh, da ist jemand. Da wurde einer wieder geholt. Oh, getroffen. Es tut mir leid, Superman. Aber es tut mir nicht leid. What? Hoff mal bitte nicht, dass ihr mich pushen könnt. Hoff mal nicht. Guck mal, wie viel Blue Shield er hat. Der hat mehr Blue Shield als das Wort Blue. Was ist falsch mit dir, Mann? Wo ist sein Mate? Sein Mate will mich pushen. Die verarschen mich. Guck, da ist er. Die wollten mich verarschen. Tanz mal eine Runde. Boom. Wo ist Superman? Superman. Where are you? Where do you? Tanz. Okay. Die Zone kommt. Ich muss hier weg. Ach, du heiliger Bim Bam. Abo, wir haben sechs Kills. Das habe ich ja gar nicht gesehen. Alter, da ist jemand. Ey, mein Ape ist gottlos. Oh mein Gott, Freunde. Guck mal, schon wieder getroffen. Das gibt es nicht. Oh, da fliegt er. Ich treffe ihn. Drei, zwei, eins. Ja, guh. Die sind einfach Tilted Towers gelandet, die kleinen Verbrecher. Wo sind die, hä? Zeigt euch doch mal kurz. Oh, da ist einer. Nein. Nein. Da ist ein Panzer. What is that? Komm, Panzer, zeig dich, hä? Zeig dich, wenn du Eier hast. Oh Mann, ey. Oh mein Gott. Ich habe ihn genockt. Wie habe ich das denn gemacht? Du hast keine Ahnung, Allah. Ich bin der Heftigste. Oh nein, die Zone kommt. Und da muss ein Genockter liegen. Ich habe ihn gerade genockt. Hallo. Na? Easy. Okay, die Zone kommt. Ich muss weg. Wee. Jungs und Mädels, ich habe acht Kills, Alter. Uhu, let's go. Guck dir diese 31er an. Die haben einfach Hotel gebaut mit WLAN. Fünf Sterne Frühstück. Guck raus, guck raus. Wie? Ich war drauf. Hä? Freunde, was war das denn gerade? Guck dir mal an, wie die da stehen. Guck dir die an. Die haben keine Ahnung, dass ich die jetzt töten werde. Oh no, 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 no. Ja. Let's go. Komm, jetzt stirbt er. Ey, wie viel Blue Shield habt ihr denn? Hallo, wer schießt da? Oh oh. Oh oh. Nein. Muss hier weg. Oh, ich nehme die Kiste noch mit. Was ist hier drin? Achso, ich darf hier gar nicht mitnehmen. Oh mein Gott, nein. Ich muss zu machen. Oh oh. Wo sind die? Die müssen doch, da ist der. Geil. Let's go. Jetzt aber. Er ist tot. Abfahrt. Warte, ich muss mich da hinschießen. Und. Wui. Hallo. Ist hier jemand? Wo seid ihr? Guck, guck. Wow, 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 wow. Was ist denn hier los? Was für die Ernst, Freunde? Acht Kills. Das Leben. Nur noch drei. Tanz mal eine Runde für mich. Los, tanz. Oh mein Gott. Let's go. Hä? Wie? Haben gerade nicht noch drei gelebt? Wieso habe ich den epischen Sieg geholt? Was ist denn gerade passiert? Freunde, wir haben es geschafft. Wir haben die Ehre der Bananen zurückgeholt. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Lasst auf jeden Fall gerne ein Like da. Ich würde mich wirklich freuen. Und abonniert den Kanal. Hey, Grinch, wechselst. Du bist mein Lieblings-Sieger, bitte. Ey, ich kann es gerade nicht glauben, warte.